Wir haben 18 Bälle, sind zu viert und werden jetzt Volleyball mit random Bällen spielen. Alle drei Bälle wechselt der Ball. Wir spielen jeden Ball einmal durch. Jakob, Georg, Kilian, viel Spaß im Video. Team 1, Georg, Kilian, ihr dürft ziehen, mit welchem Ball ihr euch einspielen dürft. Das war das Einzige. Ja, mit dem Football-GG. Ja, geil. Jakob, du darfst uns erst ziehen. Softball, auch geil. Ja, das ist in Ordnung. Das geht, besser als nicht. Kurzes Einspielen und dann geht's los mit dem Beachvolleyball. Danach ziehen wir random, welche Bälle weitergehen. Also immer der, der hinten ist, darf einen neuen Ball ziehen und dann entscheiden, ob sie aufschlagen oder nicht. Das geht, besser als 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 nicht. Wir schlagen auf. Du bist zu weiter. Ui! Ui! Nein! Ja, Mann! Ja, Mann! Wir nehmen den Ausschlag. Jetzt normal, ne? Ja, jetzt normaler Ausschlag. Musik Spielen Hey, verkappen Nee, die hauen nur rein Sechs, eine Rechte Ja, dann sind sie 2,6 Oh Ich habe ein gutes Auge Egal, die ist fertig Gern Musik Das ist eine kleine Bühne. Der Sparkassenball, der einzige Wage. Macht keinen Fehler, haut drauf. Das war die Strap. Der alte Halmbark. Ihr macht auch Schlag. Aber Schorschi ist echt schnell gewesen. Ich dachte nicht, dass der noch so drang kommt. Das ist eine gewisse Fieße. Ja genau. Das ist ein bisschen das Wissen, aber nicht mehr dran. Egal. Ich hab's recht. Meuten ist der oder? Ja das ist der Scheißbein. Ja egal. Weil der noch wo ist. Das ist der Wissen oder? Das ist der Profale. Das ist der Wissen. Doppel gibt's nicht mehr. Jakob, du bist für YouTube nicht für Onlyfans. Ah, sorry. Nein, lecken. Ah, hab ich nicht gemacht. Football, let's go. Aber Aufschlag gewählt. Kluge Entscheidung. Ich wollte ihn nur rüber machen, damit die aufschlagen können. Smart. Das ist extrem klug. Ich dachte auch nicht, dass du mitkommst. Ich dachte, in dem Moment, dass du mitkommst. Aber es war okay. Das Beste getroffen hast du gehört. Jawohl. Drei Punkte mit eurem Ball. Das war ohne Witz einer der besten Spielzüge. Ja, ja. Starke Abwehr. Nein. Mann. Ja, das war noch. Ja, das war noch. Ja, das war noch. Ja, das war noch. Ready? Takt. Takt. Nein. Du bist noch nicht in den letzten Wolken. Einfach voll was vor. Jetzt mal mit Anloben. Einfach voll was vor. Einfach voll was vor. Einfach voll was vor. Einfach voll was vor. Ja! 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 Oh, jetzt! 2.000 Oh! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Das waren 2 richtige Larry rum! Ja, wirklich! Wie hart ist der denn? Du musst ihn unbedingt driftschen! Bombe, Bombe! Oh, Alter! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Wir haben nichts dabei! Ja! Basketball! Komm! Oh, Mann! Oh! Oh, Mann! Alles gut. Ja, alles gut. Ja, war nicht so nah. Nein, nein, nein. Wie kann der ausgehen? Ich dachte, oh man. So ein Aufschlagen? Ja, oder wer ist da halbisch aufgekommen? Ja. Ja. Na ja. Ja, schau mal so aus. Aber auch nicht. Der fliegt wirklich komisch. Ja. Mann! Mann. Mann! 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 Ja, Mann! Gut, gut, gut! Was ist das? Geil! 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 Ja krass! Warum nehme ich mich oben? So wichtig! Es tut weh, aber es ist nicht so schön die Sache! Ja! Geil! 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 Komm, komm, komm. Wow! Das ist so grob. 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 Das finde ich so geil aus. Die sind echt geil aus, aber die riechen auch nicht so krass. Die sind nicht scharf. Na gar nicht. Die sind nicht scharf. Super Sache. Die schmecken voll geil. Die schmecken voll geil. Die ist ein bisschen würzig. Der nachgefragt ist so ganz leicht. Aber ich finde, die kann man gut essen. Die sind voll entspannt. Die sind genauso scharf wie Chipfrischungarisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und noch ein fettes Dankeschön an Thuss Fürsten Wendbruck, dass wir hier auf dem Platz spielen durften und hier die ganzen Sachen hernehmen durften. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, welche krassen Bälle man hernehmen könnt, dann gerne in die Kommentare damit. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Gewinnen. Danke dir Erik. Hat Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao.